liebe zuschauerinnen liebe zuschauer ich begrüße sie ganz herzlich zum themenspiegel ich hoffe sie hatten einen guten start ins neue jahr wir starten jetzt in der januar ausgabe mit folgenden themen durch es gehe als chance professor markus beckmann gibt tipps wie sich unternehmen nachhaltiger aufstellen können lesetipp harald lesch der aus dem zdf bekannte astrophysiker erklärt im profil wieso energiegenossenschaften bei der energiewende eine wichtige rolle spielen los geht's mit unserem ersten thema nachhaltigkeit wird immer mehr zum entscheidenden faktor für unternehmen nachhaltigkeit ist längst nicht mehr nice to have sondern eine grundbedingung aber wie können unternehmen nachhaltiger wirtschaften welche schritte müssen sie gehen und warum und welche rolle spielen dabei die banken darüber spreche ich im interview mit markus beckmann er ist professor für nachhaltigkeitsmanagement an der friedrich-alexander-universität erlangen-nürnberg hallo herr beckmann einen schönen guten tag frau schmeitzel welche erwartungen haben menschen an unternehmen in bezug auf nachhaltigkeit die erwartungen an unternehmen sind so vielfältig wie menschen und auch unternehmen sind und ändern sich auch ganz stark deswegen würde ich bei all dieser vielfalt versuchen zu vereinfachen indem ich zwei gruppen unterscheide zum einen erwartungen im sinne von do no harm unternehmen sollen andere nicht schädigen weder die umwelt noch menschen in der lieferkette und so weiter diese erwartungen zu kennen ist wichtig weil wenn man sie enttäuscht man seine stakeholder verliert und sie sich abwenden aber man gewinnt niemanden dadurch zu sagen wow tolles unternehmen weil die keine menschenrechtsverletzung haben deswegen ist diese zweite gruppe von erwartungen die vielleicht spannender ist wie kann ich als unternehmen einen echt positiven beitrag leisten wo kann ich probleme lösen und da sind vielleicht noch die spannenderen fragen für das management wie können unternehmen diesen erwartungen gerecht werden für die erste erwartung do no harm müssen unternehmen sich alle geschäftsprozesse anschauen und überlegen wo wird zum beispiel durch meinen einkauf oder durch meine produktion ein potenzielles problem verursacht abfall emissionen menschenrechtsverletzung diese probleme muss ich kennen und dann möglichst abstellen und dazu kann ich auch schauen was andere unternehmen machen ich muss das rat nicht erfinden was sind da gute best practices zweite erwartung wo hast du denn einen echt positiven beitrag da muss ich überlegen als unternehmen was sind denn probleme da draußen auch gerade nachhaltigkeitsprobleme wo ich eine echte kompetenz habe wo ich einen mehrwert leisten kann das sind meine kompetenzen wie kann ich die einbringen und vielleicht neue produkte neue lösungen innovieren und da wird es dann wirklich spannend auch für unternehmen viele unternehmen stehen noch am anfang und wollen jetzt die ersten schritte gehen wie können die aussehen wenn unternehmen anfangen wollen dann erstmal schauen wo stehen wir analyse von den verschiedenen themen da kann eine materialitätsanalyse helfen also welche themen sind wesentlich und themen sind dann wesentlich wenn sie für mich als unternehmen hohe relevanz haben aber eben auch für diese externen erwartungs träger also stakeholder und ich dann schaue diese folgenden themen sind für mich wichtig wo stehe ich wo kann ich besser werden aus welchen gründen und von dort dann maßnahmen entwickeln auch die banken stehen beim thema nachhaltigkeit in der pflicht welche wege können banken gehen um sich nachhaltig aufzustellen bei banken gibt es gleich drei bereiche wo nachhaltigkeit wichtig ist zum ersten die eigenen geschäftsprozesse vom einkauf über beschaffen über energie und müll transport alles mögliche wie jedes andere unternehmen spezifischer und wichtiger für banken aber zum zweiten das kundengeschäft wie kann ich kunden kundinnen beraten wenn sie ihre eigene altersvorsorge finanzanlage machen wollen und dabei nachhaltigkeit eine rolle spielt und hier gibt es mittlerweile auch gesetzliche pflichten und zum dritten das eigene anlagegeschäft welche projekte finanziere ich wie trage ich durch das geld was ich verleihe zu einer nachhaltigen transformation bei da ist im moment eine ganz ganz spannende entwicklung für banken können sie am schluss noch mal kurz zusammenfassen was die erfolgsfaktoren beim thema nachhaltigkeit sind wenn ich verschiedene schritten zusammenfass ist mir noch mal der punkt wichtig nachhaltigkeit ist kein projekt sondern ein prozess den man startet erstens mit einer status quo analyse wo stehe ich und dann zweitens zu schauen was sind die wirklich wichtigen themen und drittens wenn ich die priorisiert habe nicht mit einem gleichzeitig anfangen wie kann ich dafür ziele auch mit einer verantwortlichkeit und ressourcen definieren um dann gerade durch die ziele im vierten schritt auch zu schauen was habe ich denn nach einem jahr erreicht wo möchte ich besser werden wo kann ich nachsteuern damit man in einen lernenden prozess kommt und fünftens dieses lernende integrieren idealerweise auch die nachhaltigkeitsstrategie mit der geschäftsstrategie zusammenbringt und dann sind wir auf einem guten weg herr weckmann vielen dank für das gespräch vielen dank und herzliche grüße nach münchen das gespräch haben wir vor der sendung aufgezeichnet mehr zum thema nachhaltigkeit lesen sie in unserer aktuellen profil ausgabe dort widmet sich unsere profil redaktion in der titelstrecke der frage wie genossenschaften nachhaltig wirtschaften auch die energiewende bereitet den weg in eine nachhaltige zukunft aber wie kann sie gelingen für harald lesch den aus dem zdf bekannten astrophysiker ist die sache klar die energiewende gehört in bürgerhand für lesch geht die energiewende am besten mit genossenschaften transparenz bürgerbeteiligung örtlicher bezug und unmittelbarer erfolg beim ausbau der erneuerbaren energien sind wichtige voraussetzungen für das gelingen der energiewende sie lassen sich in genossenschaften schnell realisieren das spannende interview lesen sie in unserem mitgliedermagazin profil reinlesen lohnt sich aber wie lässt sich eine genossenschaft überhaupt gründen wussten sie dass es nur drei personen und fünf schritte braucht um eine g ins leben zu rufen eine genossenschaft ist immer dann richtig wenn sie vor einer wirtschaftlichen kulturellen oder sozialen herausforderung stehen und sie gemeinsam mit anderen lösen wollen denn in der genossenschaft gilt gemeinsam geht mehr mehr infos zur genossenschaftsgründung erhalten sie unter www.gv-bayern.de slash genossenschaft gründen melden sie sich auch gerne jederzeit bei unserem gvb gründungsteam wir sind an ihrer seite das war's für heute ich bedanke mich bei ihnen fürs zuschauen und freue mich wenn sie auch beim nächsten mal wieder dabei sind bleiben sie gesund und bis bald